Hallo Leute und Willkommen zu einem Let's Play Clash of Clans Und zwar gibt es heute den Magier ohne Angriff Ihr seht ich habe 48 Stück 48 Teile oder 40 Magier Damit werden wir heute einen Live-Angriff machen Aber das seht ihr dann alles gleich nach dem In- Ja und dann beginnt jetzt erstmal der Angriff Das ist auch geil Ich glaube ich werde nicht durchkommen Ich habe zu meinem Kühlschrank Aber da ist das Traum gar nicht so schlecht So Was haben wir denn noch für ein Grotters 7er Mit Level 1 Minerva Level 4 Kanuna Wenn ich mich richtig sehe Bei Level 3 So weiter Kanuna Ich weiß nicht wie die Langehörer sind sehr weit außen Was mich Schon ein bisschen wundert Ne Aber für die Langehörer wäre es ja auch ein bisschen zu schwach Och Deswegen Also Sieh sich Ich hab die Starge, aber ich hoffe, dass der erste Ball ist. Zack, 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 und so. Zack, 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 und so. Zack, 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 und weg. Zack, und König nach, ah, der ich hätte voll in den König jetzt überlebt. Komm, König, hilf die Magie an, nein, komm, 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 Nein! Guter Maggertum! Verliebt! Nein! Komm schnell! Ach geht doch dahin zum Maggertum! Aber es sieht gut aus, es sieht noch gut aus! Wenn sie sich jetzt zum Maggertum umdrehen! Oh danke danke! Oh schnell, König zünden! Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man! Alter, es wird zu knapp, es wird zu knapp! Oh shit, 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 shit! Oh mein König, mein König, mein König, mein König! Los, überliebt! Kommt, kommt! Weg! Ja, los! Yes! 100, 100, 100, 100! Bam! Ja! Ja, einer hat das Achter besiegt! Zack! Ja! Ah! Puh! Oh! Ah, danke! Man sieht, ich... Oh, hier gerade mal so... schon noch Kater nach 5.9.8. Oh, wie ich sehr stolz bin! Ich könnte hier auch mal... Ich könnte hier mal ein bisschen, ähm... Das kann ich jetzt hier abgewenden, wenn ich Lust hätte mit Elixir oder... was aus dem Labor... Ich might auch mal... Och, ey, was ist denn der Ding? Ich hab zu不好意思 kommen, imверж. Weiß doch nicht, was ich jetzt abним werde, das auch jetzt... Also ja, da haben wir wieder alles bekommen für unsere dunklen Truppen-Uli-Angriff Ja... Ich komme blöd Ah, das ist ja zu schwer Manfred, ich glaube ich werde es Aber ich glaube, ich werde mir das nochmal überlegen Was ich als nächstes mit den Elixir abgeräten werde Mit Gold Da würde ich noch ein paar Wochen abgeräten Und zwar Eins Und zack Zack Und dann aber Und dann noch eins Dann wäre ich bestimmt, wenn ich genug Gold habe, dann die Tesla auf 3 upgrade Was auch schon mal echt viel kostet Ja, dann würde ich mal sagen, das war's Für das Video Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Und dann ist das Dann aussi ihr könnt, es geht um ein paar Tage zu sehen Vielen Dank.